Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich war ja mit meinen Freunden vor einer Woche auf der Comic-Con in Frankfurt und ich könnte euch ja einfach mal zeigen, was ich mir Schönes dort gekauft habe, was mein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Es sind ein paar Sachen geworden. Es waren einfach so viele tolle Künstler da. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also wir sind samstags nur hingefahren. Wir hatten nur ein Samstagsticket. Aber ich finde, für eine Comic-Con reicht es als Besucher, wenn man nur einen Tag hingeht. Ich meine, da sind ganz viele Merchandise-Stände. Da ist eine kleine Bühne, wo dann auch die Panels stattfinden. Und für zwei Tage meiner, also für mich persönlich, lohnt sich das dann nicht, dasselbe dann nochmal zu sehen. Im Zweifelsfall gibt man dann nämlich immer noch mehr Geld aus an Tag 2. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen was haben wir auch geshoppt. Ein bisschen was haben wir leider anfangs gesehen und nicht mehr bekommen. Aber dazu später. Ich werde euch natürlich auch die ganzen Shops, wenn ich sie noch zusammenkriege, in der Infobox verlinken. So ein paar Visitenkarten haben wir auch mitgenommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Artikel an. Wie ihr es auf dem Thumbnail schon gesehen habt und vielleicht auch an meinem T-Shirt, bin ich der größte Captain America Fanatiker aller Zeiten gefühlt. Und deshalb musste auch der kleine Gummischild mit. Also das ist wirklich so ein... Ich weiß nicht, ob man es erkennt. So ein weiches Gummi. Ich habe mittlerweile so viele Schlüsselanhänger, so viele Schlüssel habe ich gar nicht. Vielleicht mache ich ihn auch einfach an mein Pinboard, an mein Memo-Board und hänge mir einfach in die Wohnung. Dann habe ich mir nämlich noch einen zweiten gekauft. Und der ist echt riesig für einen Schlüsselanhänger, meiner Meinung nach. Und der hat auch so einen riesigen Schlüsselring. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Also ich finde den persönlich richtig groß und dick. Habe ich auch so nicht gesehen. Außerdem ist hier noch eine richtig fette Kette dran. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich an den Schlüsselbunden machen will. Der wirkt so, wie im Saarland sagt immer, klobig. Also so stämmig, so massiv. Aber wovon ich eigentlich spreche, ist mein kleiner Groot. Ich habe ihn gesehen und ich musste ihn direkt mitnehmen. Und es war auch meiner Meinung nach der letzte, außer sie haben unten in der Kiste noch welche gehabt. Das war nämlich ziemlich gegen Ende, als wir an dem Stand waren. Und ich glaube, die anderen haben das gar nicht so mitbekommen, dass ich mir das noch gekauft habe. Aber ich finde das Schlüsselanhänger sowieso immer cool. Ich habe ja die ganze Zeit meinen Funko Rocket an meinem Schlüsselbund gehabt. War mir dann irgendwann aber auch zu viel. Mittlerweile habe ich nur noch einen Schlüsselanhänger aus meinem Shop dran. Wo ich mir ein Captain America Logo einfach ausgedruckt habe. Und habe das in so eine Fassung reingeklebt und habe da noch so einen Bommel dran. Dann wisst ihr ja, dass ich ein großer Postkarten-Fan bin. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwo einraben werde und aufstellen werde. Oder ob ich sie einfach nur irgendwo ins Album mit reinmache. Aber eigentlich sind sie zu schade, um sie einfach nur irgendwo in einer Kiste vergammeln zu lassen. Da war nämlich eine Künstlerin, die hat so schöne Zeichnungen gehabt. Und ich bin ja stundenlang durch diese Comic-Zeichner-Area, ich weiß nicht mehr genau, wie sie gehiesen hat. Ich könnte mich da ja echt Wochen drin verweilen. Könnte mir anschauen, was die Leute gezeichnet haben. Und wir denken, ja, so gut wirst du niemals zeichnen können. Aber zwei Karten mussten auf jeden Fall mit. Die habe ich gesehen und war direkt schockverliebt. Das war diese hier. Das ist der Dachs von Hufflepuff. Und es steht dann Loyal, Patient und die ganzen Eigenschaften, die ein Hufflepuff hat. Und ich finde den Dachs so süß. Also es ist richtig schön gemalt. Es ist auch jetzt nicht so eine harte Pappkarte, sondern eher wie so ein Foto, aber ein bisschen dickeres Foto. Ich zeige es euch mal. Nein, man erkennt nichts. Also da ist es auch hinten drauf. Alles wie bei einer Postkarte. Man kann sie verschicken. Und unten drunter stehen auch alle Adressen von der Dame, die das gezeichnet hat. Hier auch. Also ich werde euch den Shop auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Das ist auch eine Pappkarte. Und ich fand sie so genial. Der kleine Niffler. Dann hat er hier, hat er von Dragon Ball einen Ball. Ich glaube, das hier ist von Sailor Moon. Den Zeitumkehrer hat er in der Hand. Und was war das da? Ah, das war die Kette von Doctor Strange. Die Krone. Ich weiß nicht, ob das von Sherlock sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ah, da unten liegt noch ein Ring. Vielleicht ist das eine Anspielung auf Herr der Ringe. Und da unten drunter. Oder das könnte mit gut Glück eine Münze von Flucht der Karibik sein. Ich weiß es nicht genau. Aber allein für den Niffler hat es sich schon gelohnt. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut in der Kamera erkennt. Das ist so ein Perlmutt-Druck. Also das schimmert alles so ein bisschen in Richtung Perlmutt. Auch das weiß. Von daher weiß ich nicht, ob ich das in einem Bilderrahmen machen will. Weil ich Angst habe, dass diese Perlmutt-Optik danach einfach nicht mehr so zu erkennen ist, wie wenn ich die Karte einfach so irgendwo aufstelle, wie meine anderen draußen im Flur. Ich weiß es noch nicht. Dann waren wir noch in dieser Zeichner-Area. Und da war ein Stand mit einer Illustratorin, die meiner Meinung nach auch sehr gut Kinderbücher machen könnte. Die hat nämlich außer den normalen DC und Marvel Comics, die sie so gemalt hat, oder Bilder, die sie gemalt hat, auch noch eine eigene Marke entwickelt. Die nennt sich Pet Pulse oder Pet Pels. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und da gibt es verschiedene Tiere, die sie gezeichnet hat, in verschiedenen Posen. Und da gibt es alles Mögliche davon. Und sie hatte auch so ein Lose dabei. Ich konnte mich nämlich absolut nicht entscheiden, was mir jetzt am besten gefällt. Und da habe ich gedacht, komm, so ein Los wäre gar nicht so cool. Und dann ist aber direkt der Thomas eingesprungen und hat gesagt, komm, wir kaufen jetzt zwei Lose, bevor du jetzt noch gefühlt ewig da stehst und überlegst. Und in meinem Los war dieses Ding hier drin. Ein Panda-Block. Also da sind auch wirklich alle Pandas auf jedem Blatt drauf. So ein kleiner Notizzettel. Ich finde es persönlich ja viel zu schade zu benutzen. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Hatte aber eigentlich gehofft, dass bei mir was drin ist mit einem Fuchs, weil ich ja so ein riesiger Fuchs-Fan bin. Und dann hat der Thomas sein Los aufgemacht. Und da war was drin mit einem Fuchs. Und da habe ich nebendran gestanden. Du hast jetzt nen Fuchs. Und dann war er so lieb, obwohl er die Lose bezahlt hat, dass er mir sein Gewinn auch geschenkt hat. Da steht drauf, ich bin ein Glücksfuchs. Und ich habe mich echt in die Füchse von ihr verliebt. Und da sieht man auch nochmal die Marke, wie sie eigentlich heißt. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles auch noch unten in der Infobox. Und hinten drauf kann man dann hier mit so einem Feinliner, beziehungsweise mit so einem Folienstift am besten, noch einen Namen schreiben. Und dann kann man es schön verschenken. Da steht dann nämlich ein Name und bringe ich Glück. Und der Fuchs gefällt mir eigentlich noch viel besser als vorne drauf. Aber Hauptsache Fuchs. Fuchs, 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 Fuchs. Dann habe ich noch eine Postkarte mitgenommen. Die hat uns jetzt nichts gekostet, aber wir sind an dem Sci-Fi-Stand von Sky vorbeigelaufen und wir mussten so lachen. Ich stand davor, habe die Karte gesehen, drehe mich rum zu meiner Freundin, halte sie ihr hin und sie macht, aha. Und ich denke mir, hallo, warum lachst du nicht? Das ist so witzig. Drehe mich wieder rum, gucke nach den anderen Karten. Auf einmal kommt sie angestimmt. Oh, look, ich habe das jetzt erst kapiert. Oh, wie witzig ist das denn? Und ich spreche von dieser Karte. Für alle Game of Thrones-Sans, die wissen, was damit gemeint ist. Die Brienne von da, die sieht einfach in manchen Szenen einfach aus wie der Matthias Schweighöfer. Und da hangen dann auch überall Plakate mit den Sprüchen von den Postkarten. Und unten drunter immer, it's a fan thing. Weil es einfach nur die wahren Fans verstehen. Und die Karte wird definitiv einen Ehrenplatz irgendwo kriegen. Ich habe mich so drüber kaputt gelacht. Das ist einfach das kleine Highlight der Convention gewesen. Das große Highlight der Convention, dazu kommen wir jetzt. Beziehungsweise es gab zwei große Highlights für mich. Einmal habe ich nämlich noch bei einem Künstlerstand ein Bild mir erstanden, das mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und wer mich kennt, könnte jetzt erahnen, wer auf diesem Bild zu sehen ist. Also der Thomas hat mir dann auch noch schönen Bilderrahmen gekauft, beziehungsweise geschenkt, damit ich es reinmachen kann. Und wie cool ist das Bild, bitte? Wie cool ist das Bild? Das ist eine Aquarellzeichnung vom Captain. Es gab auch noch den Spider-Man, den ich ja persönlich nicht so mag. Und da ist dieses... Da sind diese Aquarell- oder diese Wasserspritzer noch viel schöner gewesen. Hier hat es mich ein bisschen geärgert, dass jetzt hier zum Beispiel am Arm nichts mehr war oder dass hier nichts gemacht wurde. Dass halt diese verwischte Technik nicht noch mehr auf dem Bild ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Hammer, Hammer, Hammer Bild. Ich müsste es auch noch mal aus dem Rahmen rausnehmen, weil hinten drauf steht, wer es gemalt hat. Das war so eine Chinesin, Thailänderin. Ich weiß nicht, was es genau war. Und die hat so, so, so schöne Zeichnungen gehabt. Hier ist im Auto leider was draufgefallen. Ich weiß nicht, was... Ich werde es wahrscheinlich jetzt noch mal rausholen. Wird vielleicht mit einem schwarzen Edding noch mal drüber gehen, dass man diese weißen Linien nicht so sieht. Aber dieses Bild wird definitiv einen Ehrenplatz in meiner Wohnung kriegen, weil ich es einfach so verdammt cool finde. Ich muss jetzt noch fünfmal in die Kamera halten, weil ich einfach so verliebt bin. Mein Käpt'n. Also ihr seht, diese Convention war mal wieder sehr, sehr, sehr Käpt'n-Amerika-lastig. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe einen Schatz vergessen. Und wie kann ich ihn vergessen haben? Er ist doch mein Mann. Ich habe mir nämlich noch den Käpt'n-Amerika von Civil War als Funko Pop gekauft. Da gab es nämlich ein Angebot. Drei Stück für 27 Euro. Und da haben sich die zwei Jungs, die mit uns mit waren, haben sich jeweils auch eine gekauft. Ich glaube, Thomas hat sich den Iron Man von Civil War gekauft. Dominik hat sich die Scarlet Witch gekauft. Und ich habe mir natürlich meinen Käpt'n-Amerika gewohlt. Den da habe ich ja schon ein bisschen länger. Das ist irgend so eine 75-Jahre-Jubiläums-Edition. Ich weiß gar nicht genau was. Und der hat ja dieses transparente Schild. Ich sollte jetzt eigentlich mal scharf stellen. Ja, dieses transparente Schild. Und der hier hat gar kein Schild, beziehungsweise er hat es, glaube ich, auf dem Rücken. Aber das ist auf jeden Fall der von Civil War. Ich habe ja immer gesagt, ich kaufe mir keine Funko Pops doppelt von Figuren. Aber bei meinem Käpt'n konnte ich da natürlich nicht anders und mache natürlich nur für ihn auch eine Ausnahme. Und hier ist übrigens auch der Rocket, von dem ich eben erzählt habe. Der ist mittlerweile wieder in seine Packung gewandert und steht hier als Dekoration. Und dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Highlight. Wie ihr wisst, sind auf diesen Conventions ja auch immer diverse Schauspieler vertreten. Dieses Jahr waren, glaube ich, drei Jungs von Sons of Anarchy da. Es waren diverse Schauspieler, die ich auch gar nicht gekannt hatte. Es war eine von Game of Thrones da. Mit der hat meine Freundin und mein Freund noch ganz lange erzählt, weil gerade an ihrem Stand nichts los war. Und was auch noch witzig war, es war der Kirk von Gilmore Girls da. Beziehungsweise hat er ja auch eine Rolle in Guardians of the Galaxy. Ich kann mir seinen Namen jetzt gerade nicht merken. Aber für mich ist und bleibt er einfach Kirk. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit überlegt, ja, kaufst du dir jetzt ein Fototicket mit ihm? Habe es dann aber irgendwie vergessen. Vor Ort war ich dann ein bisschen traurig, weil ich echt gerne ein Foto mit ihm gemacht hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch ein Foto bekommen. Und zwar mit einer meiner liebsten Darstellerinnen von Lucifer. Und zwar Amy Garcia. Und sie war so süß. Und ich hatte so ein T-Shirt an mit einer Mutti und ihrer Tochter. Mit Lockenwicklern, die sich so anlächeln, anschreien. Ich weiß nicht. Und unten drunter stand Bad Hair Day. Und sie sieht das T-Shirt und macht einfach nur Great Shirt. Krallt mich, nimmt mich in den Arm, grinst fürs Foto. Also es war einfach so ein sympathischer Mensch. Und jetzt kam gestern Abend leider die Meldung, dass Lucifer abgesetzt wurde. Ich bin richtig, richtig traurig. Vor allem heißt es, es werden nicht genug Einschaltquoten. Dabei kenne ich so viele Leute, die sich jede Woche montags auf die neue Folge freuen. Also ich mache hier jetzt mal einen Aufruf. Netflix, bitte übernehmt das Ganze von Fox und macht eine vierte Staffel Lucifer. Vor allem, weil es überall heißt, dass die dritte mit so einem riesigen Cliffhanger endet. Und so kann einfach keine Serie enden. Das bricht mir mein Fanherz. Und ich finde, das waren schöne Worte, um diesen Con-Haul zu beenden. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, was von den ganzen Sachen ihr am schönsten findet. Ich persönlich tippe ja immer noch auf den Captain America. Aber ich bin gespannt, was ihr mir schreiben werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut! Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!